das ministerium hat erfolgreich davon überzeugt ja das ist in haran keine überlegenheit schauen wir mal was jetzt hallo maxi king hallo maxi king hallo maxi king hallo sind wir wieder draußen ein schlag egal richtung quest ein zufällig die wir noch scheiße da also die bekämpft sich die gegenseitig wir können auch die nächste festung einnehmen ja das scheinbar um siehst du was außer dass ein körper aus raus und hat er gekommen was anrechnen das ist auch nicht hier im innenhof vielleicht glaubst du hast was gefunden Komm zu mich Ich bin doch schon da Komm zu mich Ja Wir kommen Wir kommen Letztlich wir kommen Irgendwie Voll gemacht Alter, das sieht hier ganz viel nach Kabel aus Das ist doch jemand Ich wollte gerade schießen Was ist da schon einer? Ich sehe keinen Okay Gedeckung Wir müssen unbedingt mal einen Koop-Shooter finden Oder wirklich Battle Feature Ja Weil das dann natürlich nicht so Koop-Mäßig abgegeben Weil da einigen niedergekommen Das ist was wir essen Ich komme hier nicht raus Er kommt Nimm das, du Arsch Das ist für dich immer noch Wenn dann sie Fertig? Da war einer Na, hier geradeaus muss ich noch weiter Voll ins Knie geschossen Wir haben beide ein Knie weggeschossen Oha Kopf weg Alter Der wollte uns im Nahkampf Was? Was hat der denn? Umgewehr hat er okay Warte, was ist noch einer irgendwo? Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt Ah, bam, boom, baby, da kommen noch zwei Noch nicht alle erwischt Wo sind denn die alle? Hier geradeaus ist noch ein Punkt Weiß es nicht Weiß es nicht Was sindw người Wo in die cuht Wo ist denn da? Auás Jajajajaja! Alter! Hier. Die hier drinne, ne? Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt, dass es in Haran keine Überlegenheit gibt. Jetzt kriegen wir den Puppes voll. Servi, hier Crane. Alles in Ordnung? Ihr werdet lange Zeit lang keine reichen Westen mehr sehen. Du hast gekauft. Ich sag allen Bescheid. Danke. Ah, überlegen tragen. Yeah, Baby. Fertigkeitspunkt erhalten. Oh, nur ich überspringen. Neues Outfit freigeschaltet an den Kopfjäger. Cool. Ach so, Leute. Obfü. Und zwar auch. siehst du schick aus und jetzt sieht man dich ja mal ohne linie anzug an ja ich sage ja aus alter lauf doch nicht weg wie sehen und ich die ganze linie anzug an ich sehe es doch kommt irgendwann noch mal sein oder ich habe es schon so um die Führer. Wo müssen wir jetzt hin? Da wo die ganzen Spucker sind. Da muss er hin, ehrlich? Oh nein, ja. Ich bin ein Kackfiecher. Hier, Andrej, hier, bei mir. Oh. Hier. Altenkanalisation betreten. Ich muss diesen Michael finden. Das ist die Kanalisation. Ja, wir sind in Gulli mal wieder. Wir sind öfters heute schon hier. Ja, aber was ist denn da vorne? Das ist ja gerade der Harder. So, ich hab jetzt ne Tarnung mal genutzt hier, Alter. Hoffentlich sehe ich mich nicht. Oh nein, meine Tarnung ist abgewaschen, André. Nein! Das ist doch klar, wenn du ins Wasser gehst. Ja, das ist doch klar. Gästchen! Das hört sich nicht gut an. Das haben wir nicht, es geht nur... Explosionszombie! Alles dort? Da kommen auch noch Leute. Neu auf mal! Noch mal Tarnung rein. Wir auf einen Schlag. Von da lang, wo die Feuerballen. Facke. Mull, Mull. Schmerzmittel, Schmerzmittel. Oh nein! Nicht'n Anfall! Ja, ich auch. Er spielt seine Beine nicht mehr. Wir brauchen Antizin. Warum machen wir nix mehr? Doch, ne? Ich dachte, du wärst ein Beißer. Warum musst du dich auch so anschleichen? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Bist du Michael? Okay, kein Problem. Troy hat dich angekündigt. Ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat. Mein Ruf wäre für immer ruiniert. Verknallt, ha? Ja. Ist das verwunderlich? Hast du sie gesehen? Was glaubst du, warum ich das hier mache? Was? Du riskierst dein Leben mit einer Horde mutierter Kannibalen, um einer Frau zu imponieren? Vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb. Troi hätte mich nicht mal wahrgenommen. Also nutze ich jetzt jede Gelegenheit. Na gut. Also, sag mir, was ich tun muss. Ja, ähm, ich hab versucht den Plan durchzuziehen, kam aber nicht weiter als bis zum neunten Stock. Überlass das mir. Du musst diese Sprengsätze nehmen, die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen. Und das ergibt dann ein Muster. Eins, das nicht nach Zufall aussieht? Wenn es ihnen gelingt, das zum Zufall zu erklären, dann bin ich echt beeindruckt. Wenn du bereit bist, du musst zuerst in den zehnten Stock. Hey. Habt du hier sitzen und machen Päuschen. Dann müssen wir die Sprengsätze nehmen. Okay. Eins nach dem anderen immer. Eins nach dem anderen. Ja, eins nach dem anderen, genau. So, wir sind minus eins. Nehmen wir mal einen in den Zeh. Ich will mich ja trotzdem interessieren, alles abzupassen, ne? Es ist so wie immer nur das gleiche, bestimmt hier nachher. Ah, wir müssen hier lang. Ja, müssen wir auch. Ich hab grad gesehen. Ja, drüber den Götner auf. Geht doch noch, was willst du denn? Geht doch. Was geht ab? Wir nehmen sie den auf zurück. Ja, das heißt ja, du sagst ja. Ja, das heißt ja, du sagst ja. Ja, das heißt ja, du sagst ja. Über den Klub, passiert eh nix. Aber, Alter. Drück den Klub. Das ist aber mein schöner Fahrstuhl. Wo die Tür, ne? Ääh? Die fressen, ääh? Die fressen da. Genau sowas. Ja, guck dir mal auch noch an, warum. Eigentlich schon wieder ein Anfall. Verdammt. Was ist bloß? Alles okay? Ja. 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 Ist alles so grün. Ist alles so grün hier. Ich seh gar nicht wohin. Ich auch nicht. Ich kann das Ding nicht benutzen. Na. Mit Absicht. Ach. Muss er auch gerade... ...jetzt so einen blöden... ...Anfall bekommen, ne? Hier vorne ist das zehnte. Bei dir? Mir? Ja. Ne, das ist neun. Der muss ja von neun aus sein gehen. Ja, gut. Michael, ich bin im zehnten Stock. Großartig. Such nach den Räumen 105, 106, 134 und 137. Das ist völlig. Ist doch nicht... Hier sind doch keine Zombies. Warum hat der denn so Angst? Ist doch nix. Wir sind doch nix. Was ist das? Wörtlich, ne? Wörtlich, ne? Wörtlich, ne? Wörtlich, ne? Wörtlich, womit wir nichts fair und nicht... ...klarkommen würden, denke ich mal, ne? Gucken, ist hier irgendwas tolles? Explosion, Zombie! Ich... Eieieiei... 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 Habe mir doch ein bisschen... ...lisbegelt. Eieieiei... Stell dir mal, du stehst da so ganz gut wie in der Küche. Hä? Ein toter Hund. Ein toter Hund. Hier, bei mir. Bin da hingekommen. Ja. Genau. Gerade genau. Genau. Da, da ist ein toter Wauzi. Da ist ein toter Wauwau. Ah. Wauzi. Alter. Spucken. Soll uns keine Menschen anspucken. Wo ist denn da noch her? Ab hier. Was ist mit der Gasleitung hier? Abgeschrankt. Kaffee. Okay. Fertig mit der ersten Wohnung. Gute Arbeit. Weiter zur nächsten. Weiter zur nächsten. Weiter zur nächsten. Und hier. Der ist mal eben enthauptet. Ah. Oh Gott. Du, äh du. Kleine Wiese. Warte. Da ist ja noch einer. Alter. Was ist denn los auf einmal? Fertig mit der zweiten. Mann, du hast das besser drauf als ich. Als nächstes. Oh scheiße. Was ist los? Michael. Ich hab besucht. Hau. Hau ab hier, Miss Kerle. Oh. Es hört mir so ein Mechaniker an. Petschmaß 0.1.1.3. Nein, ich halte sie auf und du bringst den Auftrag zu Ende. Ich bleibe hier, bis das erledigt ist. Wahrscheinlich kommt wieder ein nächstes Mal. Warum, ne? Ich glaube, es ist noch. Eieieiei. Kommt gleich noch einer. Pass auf. Explosionszombie. Oh nein, 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 nein. Da bist du noch. Oh nein, da ist ja alles. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da gibt's genug was. Ich muss einmal weiß, da wird berühren. Das Stockwerk ist ja ein einiges fieser als eben. Was sagt ihr das? Ne, hier runter. Pass auf das, was? Beim Anfall oder so. Wir müssen auf jeden Fall hier an der Tür vorbei. Oh, nein, wie kommen wir denn jetzt nach oben? Oh nein, oh. Alter. Was darfst du nicht hin? Alter, guck mal. Alter. What the... What the hell? Wie für ein Kind wein. Komm jetzt die Kinder? Auf. Oh, André. Alter, hör auf. Alter, hör auf. Alter, nein. Hör auf. Weint da ein Kind? Alter, was ist das? Alter. Mist, was ist das? Schrei-Hals-Berein. Alter, André. André, hör auf. Alter, die stehen hier noch auf. Da hinter uns ist auch alles voll. Alter, wo kommen die jetzt alle hier? Was ist das für einer? Da fehlen doch immer mehr. Alter, wir müssen da zum Schrei-Hals. Was? Hast du den jetzt echt... Was? Hingekniet und... Pssst. Was? Ja, tut mir leid. Schwierig. Oh, halt. Nicht gut. Ist nicht okay. Leute, du hast das. Eigentlich überhaupt nicht. So, 33 Meter. Ich würde gerne Frauen und Männer töten, so viele wie ihr wollt, aber lass... Genau, lass die gut. Wird ja einer geplatzt. Oh, was hast du gemacht? Aber gar nichts. Du hast Feuerlösch da getroffen. Ich hab Feuerlösch getroffen, okay. Du Idiot. Nein, erstmal heim hier. Willkommen, rein in die Wohnung. Ist ja noch ein Bau. Na geil, hier steht schon mal ein Ofen. Das ist wie bei dir zu Hause. Ja, so ungefähr. Wunderbar. Klasse. Aber hier muss ja wieder runter. Ja, hier runter. Hör zu. Hey, du widerlicher. Oh Gott, im Himmel! Michael? Wenn ich ins Gras beißen sollte, musst du... Fiff mit dir! Den Sprengzünder nehmen! Raus aus dem Gebäude und es in die Luft, ja! Geht nicht so einen Blödsinn, Michael! Raus da und zurück zu Troy! Und zwar sofort! Lass den Sprengzünder! Michael! Michael! Ich komm hier jetzt! Shit! Achso. Ich bin auf dem멍, der ist noch ein paar Geschäfte. Wo ME i'm auf dem Demonstrat. Ist denn der County? Ich bin hier das nicht sicherlich. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Geht zwar nicht rauf, aber es geht wieder runter. Ah, Mist. Das ist eins, was dir einfällt, wenn ein Fahrstuhl abstürzt, Mist. Ja, wahrscheinlich, ja, bist du doch. Oh Mist. Oh fucking Mist. Halt da drauf. Oh fucking Mist. Weißt du warum er mich gesagt hat? Du knapp hast mich nicht an, du kleine. Komm her. Komm, 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 komm. Hier runter. Go, 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 go. Oh nein, wo ist er? Verdammt. Es ist noch ein Zombie. Oh, noch einer. Oh, wie verrückt. Willst du noch? Ja. Oh, das kam zu spät. Eins geht dir, Junge. Ich hoffe, du bist okay, Mann. Wir müssen hier wieder runter. Wir müssen auch den Sprengsatz mitnehmen. Hier, nur die Sprengsatz. Der lag hier auf dem Boden, da stand sie drauf. Einfach, wenn ich dich... Eieieieieieiei. Den Knaller zungen? Wir lassen sich das Gebäude... ...rüber extra mit Pfeil markiert. Alter, tau auf, du blöder. ich bin nicht oh nein ich bin nicht allein hier Alter ich bin nicht tot ich bin nicht tot geh weg geh weg auf jeden Fall der ist weg duckt noch hallo der sprengt bei mir immer weißt du was fertig war so wieder schwer heute ja ich merke das schon ich habe auch das Gefühl hier kommt irgendwas kommt gleich was aus dem Loch bestimmt hier kommen wir auf jeden Fall raus ich habe den Sprengzünder gefunden schauen wir mal was das alles gibt eine lustige Explosion bestimmt so SOS oder sowas Zombies dunkelheit dann kommt die Tür auf und dann steht reißer geht nicht ja Und Smiley, ja ne, ist klar Wir sehen es, Crane, gute Arbeit Hoffentlich reicht das Smiley, faurige Smiley Crane, Jade, bist du das? Crane, ich hab gehört, was du getan hast Ich kann es sehen Glaubst du mir jetzt, dass ich auf eurer Seite stehe? Was ist der dreckigen Bastarde? War klar Bist du auf unserer Seite, musst du den GRT kontaktieren Sie müssen das Ministerium davon abhalten, Haran zu bombardieren Ähm, das ist ja jetzt doch, oder? Aber ich hab mein Spezialfunkgerät verloren Hey, Savi hat einen Weg gefunden, das Störsignal zu durchbrechen Aber er braucht dazu eure Hilfe Geht klar Jade, hast du gehört? Wir sollten uns treffen Okay Wir treffen uns in dem roten Gebäude über dem Smaragd-Kanal und sehen dann weiter Und Crane, pass gut auf Die Infizierten sind hier noch grausamer als die in den Slums Das gehört Das war super, ich freu mich woran Ja, Action bedeutet Du willst immer nur Action 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 Jetzt hast du dann Action Alter Alter Ja Ich auch Hier Hinter dir Im Weg hörst du hier, das wäre nicht gut, habe ich gehört Nee So, dass dieses Safehaus War noch hier, oder? Nee, geht zur Quest War hier nicht das Safehaus? Quest ist näher ran Was? Ja Was? Ja Ja Ich sage es tust du So unter uns, ne Nichts schade Ich habe es nicht schade Genau Genau Oh 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 Hyggggggggggggggggggggggggggggt Wow, hat er super Watt gebracht. Wie beim Schimpf-Safe. Oh, Grobian. Grobian-Mod. Was ist denn ein Grobian? Das Licht aus. Mach dein Licht aus. Ja. Seht uns keiner. Ist er versteckt. Guck mal, die UV-Lamme schon mal in die Hand hier. Da unten, ja. Die sind alle auf jeden Fall über uns auf dem Dach. Ja. Verteidigung, Kraftpunkt. Ja. Ja. Ja.